Der Microsoft Surface Laptop ist das erste echte Notebook von Microsoft und schon seit dem Release befindet er sich in einer Identitätskrise. Da stellt sich einerseits die Frage zur Zugehörigkeit in die Surface-Reihe, welche bisher stets neue Formfaktoren aufzeigen sollte. Der Surface Pro war im Jahr 2012 einzigartig und neu, aber damit hat Microsoft das normale Tablet quasi im Alleingang verdrängt. Surface Book und Surface Studio sind ebenfalls einzigartige und sehr innovative Produkte, welche neue Ansätze für bestehende Formfaktoren bieten. Der Surface Laptop passt allerdings nicht so richtig dazu. Laptops gab es schon vorher und der Surface Laptop wird auch nichts daran ändern, wie sie zukünftig gebaut werden. Unterdessen hat das Surface Pro verändert, was Menschen von einem Tablet erwarten. Das ist auch der Anspruch der Surface-Reihe. Zweifellos ist der Surface Laptop aber ein sehr besonderer Laptop. Die Verarbeitung ist auf einem sehr hohen Niveau und der Surface Laptop fühlt sich wertiger an als alle bisher von uns getesteten Notebooks. Trotz der geringen Tiefe fühlt er sich außerordentlich robust an und die Displayklappe lässt sich mühelos aufklappen, bevor man sofort mittels Gesichtserkennung eingeloggt wird. Alles funktioniert so nahtlos und schnell. Was wie absolute Perfektion klingt, hat aber einige Fehler. Das Design des Surface Laptop ist sehr schlicht, doch diese Plastikabdeckungen an der Seite sehen so aus, als sei da irgendetwas nachträglich verschlossen worden. Es erinnert an diese Knöpfe im Auto, welche keine sind, weil man nicht die höhere Konfiguration mit Klimaanlage oder elektrischen Fensterhebern gekauft hat. Es sieht so aus, als sei da etwas gewesen, wie ein SD-Kartenslot, LTE-Modul oder ein USB-Typ-C-Anschluss. Aus irgendeinem Grund stört mich das, weil man verleitet ist zu glauben, dass da etwas Nützliches hätte sein können und nicht nur eine Abdeckung für die WLAN-Antennen. Aber das ist gar nicht das störendste und unangenehmste Gefühl am Surface Laptop. Das ist nämlich schon der Schmerz, den man empfindet, wenn man das Notebook aufklappt. Trägt man im Sommer kurze Hosen und legt man den Surface Laptop auf den Schoß, dann wird die Haut am Oberschenkel vom Scharnier eingezwickt. Je nachdem, wie schnell man das Notebook komplett aufklappt, kann das durchaus schmerzhaft sein. Ich habe das daraufhin bei anderen Notebooks probiert und dieses eher unübliche Problem dort nicht feststellen können. Das lässt sich zwar vermeiden, hinterlässt aber auch nicht den Eindruck, als hätte Microsoft bei diesem Laptop an alles gedacht, was man uns ja gerne glauben lassen will. Was die anderen Komponenten anbelangt, so kann man sich über den Surface Laptop kaum beschweren. Das Display ist phänomenal und hat überragende Kontraste und eine tolle Farbdarstellung. Auch die Helligkeit reicht noch aus, um es selbst im direkten Sonnenlicht noch zu verwenden. Der Sound ist besser als bei allen anderen Notebooks, die wir bislang hören durften und die Akkulaufzeit von 14 Stunden ist tatsächlich erreichbar. Wir konnten das Notebook bei höchster Helligkeit für das Surfen im Internet, Beantwortung von Mails und anderen einfachen Aufgaben etwa 10 Stunden lang verwenden. Dreht man die Helligkeit etwas zurück, ist auch etwas mehr drin. Was mir beim Surface Laptop allerdings leicht missfallen hat, das ist die Tastatur. Microsoft hat nämlich nicht die wirklich großartige Surface Book Tastatur verbaut, sondern jene vom Type Cover. Die Tastatur des Type Cover am Surface Pro ist großartig für eine 5mm dünne Tablet-Tastatur. Aber in einem Notebook geht das einfach besser. Mit dem Surface Book hat Microsoft vorgezeigt, dass man es kann. Und diese Tastatur hätte auch in den Surface Laptop gehört. Beim Touchpad ist Microsoft weiterhin ein Vorbild für alle anderen Windows-Hersteller. Es ist geräumig, schnell, außerordentlich präzise und führt die Gesten immer zuverlässig aus. Das Touchpad am Surface Laptop ist vergleichbar mit einem Macbook und da müssen auch die anderen Hersteller hin. Der Unterschied wird allerdings immer kleiner, denn die OM-Partner von Microsoft verbauen in ihren Premium-Geräten selbst immer bessere Touchpads. Sprich, es ist eigentlich kein Abstieg, wenn man vom Surface Laptop zu einem anderen Premium-Notebook wechselt. Und das ist auch generell das Problem beim Surface Laptop. In vielen Punkten ist er einfach besser als die Konkurrenz, aber eben nicht so viel besser, dass er den Aufpreis wert wäre. Und dann gibt es noch die Schwächen, die er eben hat. Die Tastatur ist nicht die beste, es fehlt ein USB-Typ-C-Anschluss und nicht zu vergessen die enorme Hitzeentwicklung. Der Surface Laptop ist der Versuch von Microsoft mit Apple im Premium-Bereich zu konkurrieren. Aber man versucht es auf die falsche Art. Der Anspruch der Surface-Reihe darf nicht sein, den Nutzern dasselbe zu bieten wie die Konkurrenz, sondern aus den Möglichkeiten bestehender Hardware mehr herauszuholen. Microsoft hat das Tablet zum Laptop gemacht, zu einer Zeit als Tablets nur größere Smartphones waren. Wenn Microsoft mit Apple konkurrieren will, dann muss man mehr bieten und nicht dasselbe. durch die Konkurrenz